Amhaida Amhaida, auch Amhida, Amhadi, ist ein Weiler und eine archäologische Städte im Nordwesten der ägyptischen Senka-Etachla. Hier befand sich die antike griechisch-römische Siedlung Tremitis. Keramikscherben datieren in die Zeit zwischen dem Alten Reich und der spätrömischen Zeit. Der hiesige Tempel für Tod ist seit der 23. Altagyptischen Dynastie belegt. Es ist Anliegen der Grabungsteams, das für Archäologen und Ägyptologen interessante Gelände zukünftig für Besucher zugänglich zu machen. Hintergrund Amhaida ist ein Weiler im Nordwesten der Senka-Etachla und bezeichnet gleichzeitig eine archäologische Städte aus der dritten Zwischenzeit bis in die spätrömische Zeit. Der namengebende Weiler befindet sich im Nordosten der archäologischen Städte etwa im Bereich des Nordturms. Weiler und archäologische Städte befinden sich etwa auf halber Strecke zwischen den Dörfern El Muskaya und El Quasar auf der Westseite der Straße, etwa 3,5 Kilometer südlich von El Quasar und 3 Kilometer südöstlich von Quarat El Maveca. Die archäologische Städte besaß den altägyptischen Namen Setwar, Estevi 3H, der Rastplatz, und den griechischen Namen Trimites, das nördliche Warenlager, lateinisch, Trimiteos. Zum Bereich der Siedlung gehörten auch die Tempelanlage von Dier El Haga und der Friedhof von Quarat El Maveca. Einschließlich der Friedhöfe misst die Städte ca. 2 Kilometer in Nord-Süd und einen Kilometer in Ost-West-Richtung. Die Keramikfunde zeigen an, dass das Areal seit dem Alten Reich bis in spätrömische Zeit besiedelt war. Religiöses Zentrum der Siedlung war der Tempel für Tod von Setwar, Herrn von Hermopolis, Magna. Die Existenz des Tempels ist mindestens seit der 23. Dynastie belegt. Die Könige der 23. Dynastie regierten von Leon Topolis, Tel El Yahudia, im Nil-Delta aus parallel zu denen der 22. Dynastie, Bubastiden, und wurden durch die Amuns Priesterschaft Hebens legitimiert. Die heute sichtbaren Siedlungsriste stammen aus griechisch-römischer Zeit. Die Größe des Areals zeigt an, dass dies wohl der Wohnort für 5.000 bis 10.000 Einwohner in der Spätantike war. Die antike Stadt wurde auf mehreren kleinen Hügeln errichtet, auf dem höchsten im Zentrum befand sich der Todtempel. Das Stadtrecht einer Polis ist seit 304 n. Chr. belegt. Zur Stadt gehörten ausgedingte Friedhöfe. Aus römischer Zeit stammen Lehmziegeltotenkapellen, einige davon mit Tonnen Gewölben. Einige wenige Grabanlagen stechen hervor. Dies sind im Süden zwei Lehmziegelpyramiden, eine ist bereits von der Straße aus sichtbar, und im äußersten Norden der sogenannten Nordturm. Hauptwirtschaftszweig war die Landwirtschaft, die Öl, Wein, Dattel und Feigen produzierte. Die römische Stadt bestand etwa bis zur Teilung des Römischen Reiches am Ende des 4. Jahrhunderts. Die Stadt wurde verlassen und nie wieder besiedelt. Ähnlich wie im Fall von Kellys bieten sich so günstige Möglichkeiten für Archäologen, Geschichte und Leben in dieser Stadt zu erforschen. Für diese Städte gibt es kaum Hinweise früher Reisender. Einen ersten Hinweis scheint es im Reisebericht des deutschen Afrika-Forschers Gerhard Rolfs, 1831 bis 1896, zu geben. Er beschreibt 1873 eine Ruinenstätte zwischen El Quasar und El Muscaia, die etwa eine Stunde, zu Fuß, von El Quasar entfernt ist. Er glaubte, hier die Überreste einer ehemaligen, vielleicht römischen Festung zu erblicken. Zu den Funden gehörten neben zahlreichen Scherben, den Überresten von Wohnbauten auch Steingefäße, Bronzegegenstände und Münzen. Der Anreise es erscheint sinnvoll, mit eigenem Fahrzeug oder einem Taxi anzureisen. Deutlich mehr Zeit ist einzuplanen, wenn man von Mut aus mit Minibussen anreisen will. Westlich von Etelhus zweigt eine von der Fernverkehrsstraße nach El Farafra ab. Man durchquert die Dörfer El Qualamun, El Gadida und El Muscaia. Ein zweiter Möglichkeit bietet sich am westlichen Dorfreingang von Quasar et Dachla, an dem von der Fernverkehrsstraße nach El Farafra eine Straße nach Süden in abzweigt. Die Straße ist asphaltiert. Mobilität der Großteil des Grabungsgeländes besitzt einen sandigen Untergrund. Nur im Nordteil hinter dem Magazingebäude kann man auf den antiken Wegen, soweit sie freigelegt wurden, laufen. Sehenswürdigkeiten Das gesamte Areal wird momentan noch wissenschaftlich untersucht, sodass eine Besichtigung noch nicht ganz einfach ist. Es ist sinnvoll, einen Besuch vorab mit dem hiesigen antiken Inspektor oder der antiken Verwaltung in Mut abzustimmen. Aus diesem Grunde ist Fotografieren auch nicht gestattet. Im Unmittelbar am Straßenrand erkennt man das und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft die Nachbildung des. Die Räume, in denen es Wandmalereien gab, sollen in dieser Form wieder entstehen. Die undekorierten Räume sollen für andere Zwecke wie dem Tickethäuschen und einem Ausstellungsraum genutzt werden. Im ursprünglichen Haus, dessen Grabung 2007 abgeschlossen wurde, wurden 200 Ostraka gefunden, aus denen der Besitzer Serenus, ein reicher Landbesitzer und Stadtrat, hervorging. Das Haus wurde in den 360er Jahren nach Christus verlassen. Das etwa quadratische Haus mit einer Kantenlänge von 15 Metern besitzt zwei Zugänge, einen im Osten und einen im Westen. Es gibt zwölf Räume. Ein Korridor führt vom Ostreingang zum zentralen Raum des Hauses. Hier von Zweigt nach Süden die als Empfangshalle genutzte Kuppelhalle ab. Die 5,3 x 4,7 Meter große Empfangshalle besaß als einzige ein Kuppeldach. Die Wände besaßen die schönsten Gemälde des ganzen Hauses. Die Rekonstruktion dieses Raumes wurde 2012 mit der Anbringung der Sockelmalerei begonnen und soll 2013 mit den figürlichen Darstellungen fortgesetzt werden. Es ist nicht einfach, denn die Malerei befand sich auf einer dünnen Stuckschicht, die im ursprünglichen Gebäude abgeplatzt ist und nun teilweise wieder puzzelartig zusammengesetzt werden muss. Über einem Sockel mit geometrischen Mustern wurden in zwei Registern, Bildstreifen, Szenen aus der griechischen Mythologie angebracht. Darüber fand sich die Darstellung lächelnder, weiblicher geflügelter Wesen, die Girlanden halten. Auch die Bend and Ifs, die Zwickel unterhalb der Kuppel, waren mit stehenden Frauenfiguren bemalt. Die meist publizierte Szene befindet sich auf der Ostseite, zur linken sieht man die Personifikation der Polusstadt, die wohl die herausragende Stellung von Amhaida symbolisiert. Rechts daneben waren die Götter von Olymp abgebildet. Weitere Themen sind die Rettung der Andromeda durch Perseus, die Fußwaschung des Odysseus durch Euryclea nach seiner Rückkehr nach Ithaka, Ars und Aphrodite, die beim Seitensprung durch Hephaistos ertappt und mit einem Netz gefangen wurden, was schallendes Gelächter, homerisches Gelächter, bei den olympischen Göttern auslöste, Orpheus mit der Lyra, um den sich Tiere friedlich scharrten, die Entführung der Fruchtbarkeitsgöttin Persephone, die Darstellung eines Satyr, Silen, der Anamänade, einer mythischen Bibel. Die Begleiterin der dionysischen Züge, hinterher jagt, und des Harpokrets in Gestalt des Erwachsenen Herkules sowie das Bankett einer Familie mit ihren beiden Söhnen, bei dem ein Flötenspieler spielt und ein Dienerwein einschenkt. In diesem Raum konnte der Gastgeber Reichtum und Kultur zu. Unterkunft Unterkünfte gibt es zum Beispiel in Mut, in Butschulu, in Quasetachla und entlang dieser Straßen nach El Farafra. Ausflüge Es bietet sich an, den Besuch der archäologischen Städte mit dem der Dörfer El Qualamun im Süden und El Quasar im Norden zu verbinden. In geringer Entfernung befinden sich zudem die archäologischen Städten von Dier El Haga und Quarat El Maveca. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.